Zu einem Ausflug in die Welt des japanischen Malers Katsushka Hokusai litt das Arapages Museum in Rom. Zu sehen sind mehr als 200 Werke des Meisters, die mehrmals sein Stil änderte und neue Ausdrucksformen erfand. 70 lange Jahre dauerte sein Schaffen. Seine moderne kreative Bildsprache sollte auf andere Künstler einen starken Einfluss ausüben, wie die Ausstellung anhand von Beispielen beleuchtet. Zu den Höhepunkten der Schau gehören Ansichten des Berges Futschi und die berühmte große Welle, sowie weniger bekannte Drucke, Zeichnungen und Holzschnitte. Auf den Spuren des Meisters lautet der Titel der Ausstellung. Sie geht noch bis zum 14. Januar in Rom.